Hallo zusammen zu meinem 75. Video. Ich habe in diesem Video drei neue Apps für euch. Das erste kostet 1,59 Euro und vielen Dank an den Entwickler, der hat mir dafür ein Promo-Coach spendiert, dass ich das Spiel hier testen kann. Und wir fangen mit dem auch gleich an. Und es nennt sich Jet Car Stunts. Oh, der quietscht da ein bisschen. Und dieses Spiel ist ein Autorennenspieler. Man kann es auch irgendwie nicht ganz so nennen. Ich zeige euch am besten mal, worum es geht. Play. Dann könnt ihr einmal noch ein Zeitrennen machen oder ein Platforming. Das mache ich immer. Und dann gibt es hier verschiedene Level-Schwierigkeitsgrade. Ich habe hier Just Learning, habe ich durchgespielt. Ich bin jetzt in Easy. Und ich muss von Anfang an mal sagen, das Spiel ist scheiße schwer. Ja, also man braucht wirklich total viele Anläufe, wenn man so ein Level schaffen will. Und deswegen ist so ein Spiel auch, empfehle ich nur für Stressresistente oder welche, die halt endlich mal ein herausforderndes Spiel haben wollen. Ich mache einfach mal Just Learning. Und es gibt immer A bis E. Das heißt, es gibt 5 mal 5, 25 Level vielleicht. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Und ihr habt jetzt, ja, Start. Ihr habt hier einmal den Gas-Button. Dann den Zurück-Rückwärts-Fahren-Button. Hier oben läuft eine Zeit. Ich glaube, Zeitlimit ist unbegrenzt. Und hier ist Retry Count. Das heißt, wenn ihr hier irgendwo runtergefallen seid, müsst ihr nochmal neu anfangen vom letzten Checkpunkt. Hiermit gebt ihr Boost und hiermit bremst ihr ab in der Luft. Diese beiden Tasten sind sehr, sehr entscheidend. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Hier kann ich auch direkt zurücksetzen. Und dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Das Spielprinzip ist einfach. Ihr müsst das Ende erreichen. Mehr gibt es da nicht. Das hier ist jetzt so ein Checkpunkt. Und jetzt gebe ich mal hier ein bisschen Gas. Okay, scheiße. So. Und dann wieder Gas geben. Hier ist der nächste Checkpunkt. Ist am Anfang noch relativ einfach, aber das wird wirklich verdammt schwer. Irgendwie ist das mit dem X-Tent hier nicht das wahre mit der Bewegungssteuerung. Und der Sound geht in Ordnung. Der gefällt mir. Den mache ich jetzt aber nicht an. Und wie gesagt, man muss schon sehr, sehr frustresistent sein. Es liegt nicht an der Steuerung. Die Steuerung ist wirklich gut. Es liegt nur einfach daran, dass das Spiel schwer ist. Weil man muss später noch durch Ringe durchfliegen. Und wenn man da nicht aufpasst, dann fliegt man gegen den Ringen und knallt runter. Und ich kann euch ja nochmal ein Level zeigen. Aber das ist wirklich, wirklich schwer. Macht aber Spaß. 1,59, wenn ich sie investiert hätte, wären auf jeden Fall nicht falsch investiert. Aber man muss halt, ja, einige Rückschläge hinnehmen müssen. Jetzt hier zum Beispiel. Jetzt gebe ich hier nochmal wieder Gas. Das ist jetzt hier auch natürlich ein bisschen komplizierter mit dem X-Tent. Jetzt hier ein bisschen Boost. Jetzt hier ein bisschen weniger. Grafik gefällt mir richtig gut. Oh, schau ich da, schau ich da. Schade. Hier oben seht ihr dann noch immer, wie viel Boost ihr noch habt. Und wenn ihr halt keinen mehr habt. Also ihr müsst wirklich pflegsam damit umgehen. Und benutzt auch diese Taste, diese Bremsen-Taste hier. Die werdet ihr auch sehr oft brauchen. Wie gesagt, schönes Spiel. Jack Cash Stunts kostet 1,59 Euro. Kriegt von mir eine Kaufempfehlung. Jetzt habe ich noch zwei kostenlose für euch. Und ich glaube, dieses hier, Avis, ist nur im Moment kostenlos. Das kostet sonst irgendwie 3,32 Euro. Ich weiß es nicht genau. Und in diesem Spiel habt ihr einen Bogen. Und müsst versuchen, Vögel abzuschießen. Klingt bescheuert, ja. Aber genau das müsst ihr machen. Ihr habt da noch ein bestimmtes Zeitlimit. Das hier ist jetzt das erste Level. Und ihr macht das halt mit der Tilt-Steuerung. Ich hole mal meinen iPod hier, glaube ich, aus dem X-Stand. Kommt schon Kamera, stellt scharf. Ja, da ist diese Kamera manchmal etwas launisch. Und dann müsst ihr halt versuchen, indem ihr hier schießt, den Vogel abzuschießen. Das ist schwieriger, als es aussieht. Und dieses Level ist noch relativ leicht. Und für kostenlos kann man mal reinschauen. Aber ich würde auf keinen Fall Geld dafür ausgeben. Weil die Steuerung ist, wie ich finde, schon etwas graupig. Und die Entwickler haben, glaube ich, selber geschrieben, dass das mehr so eine Technik-Demo sein soll. Und genau danach sieht es auch aus. Upsala, schon wieder zu viel gespielt. Es ist nicht sonderlich überragend. Es macht nicht so viel Spaß. Aber wie gesagt, ist im Moment reduziert. Und dann kann man seine Freunde mal zeigen, wie die Grafik auf dem iPod so aussehen kann. Weil das Spiel sieht gut aus. Aber das war es dann leider auch schon fast. Ja, mehr kann man zu diesem Spiel auch nicht zeigen. Es kommen halt immer mehr hinzu. Hier oben seht ihr Accuracy. Hier oben in der Ecke. Ich tue den einfach mal wieder in den Extend. Hier oben läuft dann noch eine Zeit. Naja, das soll es auch gewesen sein. Mehr kann man bei diesem Spiel nicht zeigen. Ladet es euch einfach mal runter. Probiert es selber aus, solange es noch kostenlos ist. Geld auf keinen Fall investieren. So, und jetzt habe ich noch ein Spiel für euch. Und das nennt sich I Am Destroyer. Das Spiel I Am Destroyer Light, Entschuldigung. Ist eine Light-Version und hat viel Umfang. Ich denke, für eine Light-Version hat er schon viel Umfang. 15 Level sind das jetzt hier. Ich fange am besten mal mit dem. Erst eine Ahnung, um euch das Spielprinzip zu erklären. Ihr habt hier oben dieses Männchen und ihr müsst, ähm, hier oben habt ihr halt zwei Bomben. Das heißt, ihr müsst wirklich alle Bomben verbrauchen. Und am Ende muss dieses Männchen immer noch auf so einer Metallplatte stehen. Das darf nicht den Boden berühren und es darf am Ende auch nicht auf so einem Holzteil stehen. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal so und so. Steht da immer noch drauf, alle Bomben verbraucht. Dann geht's ins nächste Level. Jetzt muss ich hier wieder zwei Bomben verbrauchen. Mache ich einmal das und das. Hat jetzt auch noch geklappt. Ich muss halt nur die angegebene Anzahl der Bomben verbrauchen. Und es darf halt nicht auf den Boden kommen. Es gibt auch eine Vollversion, die kostet, glaube ich, 1,59 Euro. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwie dafür Geld ausgeben würde. Aber so ist es ganz nett gemacht, da es kostenlos ist. Ups. Okay, das war jetzt nicht klug. Aber ich denke, das Spielprinzip habt ihr verstanden. Es ist einfach relativ. Man muss nur erstmal reinkommen. Okay. Das soll es auch von dieser Application gewesen sein. Einfach mal reinschauen, da sie kostenlos ist. Okay. Jetzt habe ich noch eine Abo-Empfehlung an euch. Und die geht an der App Reviewer 1. Ist wieder mal hier in der Beschreibung drin. Einfach mal reingucken. Fängt jetzt an mit App Reviews. Hat auch eine gute Qualität. Den kann ich wirklich empfehlen. Und nochmal die Apps durchgehend. Jetcar Stunts. Kann man runterladen. 1,60 Euro sind da gut investiert. Avis und I'm Destroyer Light sind kostenlos. Sind ganz lustig. Sind keine überragenden Spiele. Aber man kann reingucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonniert mich. Kommentiert mich. Viel Spaß.